20 Jahre Messe Zukunft Personal. Das ist für uns die Zeitschrift Personalwirtschaft ein schöner Anlass, dem gesamten Team der Spring Messe Management GmbH zu gratulieren und uns vor allem für die gute Zusammenarbeit in den zwei Jahrzehnten zu bedanken. Hier in Köln, an unserem Verlagsstandort, findet mittlerweile die größte Personalermesse in Europa statt. Das ist euer Verdienst. 18.000 Besucher werden in diesem Jahr erwartet. Uns freut diese Dynamik. Als Medienpartner teilen wir auch die Leidenschaft natürlich für das Thema HR. Und uns freut auch die Partnerschaft, die Kooperation, die wir seit 2002 mit euch haben, bei der Verleihung des Deutschen Personalwirtschaftspreises. Lieber Ralf Hocke, liebe Christiane Nägler, macht weiter so. Wir brauchen auch in 20 Jahren noch die Messe Zukunft Personal. Wir brauchen sie als Impulsgeber und als Plattform für die ganze HR-Szene.